Einheiten umrechnen, SI-Einheiten, ach je, da gibt es immer wieder Probleme, dabei ist es gar nicht so schlimm. Guckt mal hier nur ein einfaches Beispiel, Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde ist Newton. Wenn hier unten drunter noch Coulomb steht, ja da kann ich das hier zusammenfassen zu Newton und habe Newton pro Coulomb, Volt pro Meter und und und. Das sind alles solche einfachen Dinge. Kommt in der 11. noch mal ein bisschen spannender als SI-Einheiten, aber man sollte es immer können. Nebenbei, wenn ich sage, wie viel kosten das, und sagt einer 3, und ich sage, war es 3 Cent oder 3 Euro, ist ein riesen Unterschied. Und genauso ist es in der Physik oder in der Chemie oder was weiß ich. Überall mit den echten Einheiten. Also man sollte sich schon ein bisschen damit auskennen. Und dass das eigentlich doch einfach ist. Es ist doch einfach. Das möchte ich gerne beweisen. Zumal es gibt genug Formensammlungen, wo man sich orientieren kann und dann kann man solche Schritte hier ganz leicht. Die ganze Zeit habe ich gequatscht, damit hier oben Links erscheinen, wie üblich. Wer das noch nicht weiß, ich sage es aber sicher jetzt selber dazu. Und zum Schluss hier im Video werde ich auch immer Links unterbringen. Also zu den Playlists bzw. Videos, die da direkt hinführen. Na denn, ich freue mich, wenn ihr es verstanden habt. Übrigens, verstehen ist ja eine Sache. Üben, selber machen. Das macht dann wirklich den Könner aus. Na denn.